Hallo und herzlich willkommen bei dieser Traumreise in die Natur. Mein Name ist Marco Neumann und schon gleich werden wir eine Wanderung durch einen Wald unternehmen und später an einem gemütlichen Zeltlager angelangen. Dort wirst du an einem malerischen See bei sanften Naturgeräuschen in einen ruhigen Schlaf finden. Ich wünsche dir eine gute Erholung. Doch bevor wir beginnen, mache es dir so richtig bequem. Begib dich in eine angenehme Position. Rücke alles zurecht. Schließe deine Augen und atme einige Male tief ein und aus. Erlaube dir zu entspannen. Atme nochmal tief ein. Halte den Atem kurz, wenn es dir hilft, dich zu entspannen. Und atme aus. Atme so einige Male weiter und lausche deinem Atem. Einatmen. Halten, wenn du magst. Und ausatmen. Nimm auch die Stille beim Halten wahr. Du lest du CHEF. Und oder happened damit zu entspannen. Und ausatmen. Du wirst du schüppbar. Und will es dir so bereit sein. Und oder Unfortunately, du wirst du das Gefühl, Und das Läuel bei Personally этой meet puta. Das ist die Herausforderung. Und wirst du dann, wiecy Stadt und der regeben. Das ist eine変e. Und wie du das Teil hat cut dem man walls. Und während ich TO Employ, die sich über meine Juan collapse haben. Jetzt spandest du dir schефügens Und nun lass Dich wieder in Deinen natürlichen Atemrhythmus fallen und genieße die kommende Reise. Wir begeben uns auf eine Wanderung in die Natur. Du hast alles dabei, was Du brauchst. Schon gleich wirst Du einen wunderschönen Zeltplatz erreichen. Doch bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Und Du hast genug Zeit, die Natur in allen Zügen zu genießen. Du folgst einem kurvigen Pfad. Du bist umgeben von Tannen und Kiefern. Die trockene Luft des Waldes füllt Deine Lungen. Durch die hohen Blätterdächer scheinen die letzten Sonnenstrahlen. Sie tauchen den Wald in ein wunderschönes, warmes Licht. Die Bäume wiegen sich sanft im Wind. Die Düfte der Nadelbäume und die frische Bergluft erfüllen Deine Nase. Während Du tiefer in den Wald wanderst, siehst Du, wie die Bäume immer höher und dichter werden. Der Boden unter Deinen Füßen ist mit Kiefern, Nadeln und kleinem Geröll bedeckt. Du hörst das Rauschen des Windes und das Rascheln der Blätter. Du spürst und siehst, wie der Wind durch das Geäst der Bäume streicht. Hier und da begleiten Dich einige Waldbewohner auf Deinem Weg. Immer wieder siehst Du Eichhörnchen, die zwischen den Bäumen umherhuschen. Vögel fliegen von Zweig zu Zweig und manchmal hallt das Hämmern eines Spechtes nach. Du bist eins mit der Natur. Hier kannst Du zur Ruhe kommen und die Schönheit um Dich herum genießen. Indessen führt Dich der Pfad höher und schon bald lichten sich die Bäume. Du erreichst eine Anhöhe mit einem wunderschönen Ausblick. Vor Dir erstreckt sich eine atemberaubende Landschaft. Bergketten mit schneebedeckten Gipfeln reichen bis zum Horizont. Die untergehende Sonne hüllt alles in ihr Licht. Eine tiefe Harmonie geht von ihr aus. Am Himmel siehst Du faszinierende Farben. Sie zerfließen ineinander und erzeugen wunderschöne Farbverläufe. Der Himmel glüht förmlich. Er ist wie eine Leinwand der schönsten Farben. Aus satten Blau und lila Tönen weiter oben und einem tiefen Orange weiter unten. Du erblickst einen großen Felsen und kannst Dich nun darauf setzen. Spürst Du die Wärme der Abendsonne? Atme tief ein und nimm die natürlichen Düfte um Dich herum wahr. Lass Deine Gedanken schweifen und Deinen Geist zur Ruhe kommen. Während Du hier sitzt, spürst Du vielleicht eine Verbindung zur Erde. Du kannst Dich dankbar für diesen Moment schätzen. All die Sorgen schmelzen dahin. Atme nochmals bewusst ein und aus und versuche jeden Duft wahrzunehmen. Frische Pilze, Moos oder Gräser und Blätter. Lass jegliche Anspannungen los und genieße dieses Gefühl im Hier und Jetzt. Dein Blick gleitet auf die Tellen. Du spürst die Säler unter Dir, die von üppigen grünen Bäumen umsäumt sind. Du spürst förmlich die Energie, die von dieser Landschaft ausgeht. In der Ferne siehst Du einen See und daneben ein leichtes Flackern. Es ist ein großes Lagerfeuer. Es ist ein großes Lagerfeuer. Die Sonne beginnt hinter dem Horizont zu verschwinden. Und malt den Himmel in noch intensiveren Farben aus Pink, Orange und Lila. Die hohen Kiefern werfen lange Schatten auf den Waldboden. Die Luft wird klarer. Auf einem breiten Pfad gelangst Du hinab in das Tal. Nach einiger Zeit wird das Rauschen des Sees deutlicher, bis Du schließlich das idyllische Zeltlager erblickst. Die vielen Zelte bieten einen atemberaubenden Blick auf das klare Wasser. Zu Deinem Erstaunen gibt es nicht nur die typischen kleinen Zelte, sondern auch festverbaute, große Zelte mit einer eigenen Terrasse. Die Besucher im Zeltlager sind freundlich und entspannt. Einige genießen den Sonnenuntergang am Strand. Kinder planschen fröhlich im Wasser, während andere auf Holzbänken um das große Lagerfeuer herum sitzen. Einer der Camper spielt leise Melodien auf seiner Akustikgitarre. Du begibst Dich zum Empfangsbereich und erhältst von einem Mitarbeiter alle Informationen, die Du benötigst. Eine Karte des Zeltlagers zeigt Dir die verschiedenen Aktivitäten, die hier angeboten werden. Vielleicht empfindest Du Vorfreude auf die kommenden Tage und Abenteuer hier im Zeltlager. Oder ein Gefühl der Freiheit und Unbeschwertheit. Du machst Dich auf den Weg zu Deinem Zelt. Es befindet sich direkt am Ufer des Sees. Als Du es schließlich erreichst, spürst Du ein Gefühl von Dankbarkeit. Nun beginnt Deine Zeit, Zeit für Erholung und Entspannung. Der Tag war anstrengend, Du warst lange unterwegs, doch schon gleich kannst Du Dich vollkommen entspannen. Das Zelt ist extrem geräumig und gemütlich eingerichtet, mit einem bequemen Bett und allem, was Du für die Nacht brauchst. Vor Deinem Zelt befindet sich eine Terrasse mit bequemen Liegestühlen und einem kleinen Tisch. Hier kannst Du schon am nächsten Morgen eine Tasse Kaffee oder Tee genießen, während Du den Sonnenaufgang am See betrachtest. Dein Zelt ist so hoch, dass Du ganz normal darin stehen kannst. Es ist aus strapazierfähigem Material gefertigt. Ganz oben ist die Plane durchsichtig, sodass Du von Deinem Bett aus die Sterne betrachten kannst. Nun kannst Du den Tag in aller Ruhe ausklingen lassen. Du kannst es Dir auf Deiner Terrasse bequem machen. Warum nimmst Du nicht auf einem der Liegestühle Platz und genießt die Aussicht auf den See? Du kannst Dir auch eine Decke mitnehmen. Lausche dem sanften Plätschern des Sees und nimm die entfernten Stimmen der Gäste wahr. Sag maier. Sag maier. Sag maier. Deine Augen werden müde und schwer. Alle Sorgen und Gedanken verschwinden und du bist hier vollkommen geborgen. Hier in diesem idyllischen Zeltlager am See ist alles gut und ruhig und friedlich. Deine Muskeln entspannen und dein Körper wird allmählich ruhiger. Die Geräusche der Natur drängen in deine Ohren. Und wiegen dich in eine tiefe Gelassenheit. Langsam verschwindet die Sonne hinter den Bergen. Dunkelheit legt sich wie ein sanfter Schleier über den See. Und mit ihr wird es ruhig um dich herum. Die Menschen suchen ihre Zelte auf und machen es sich für die Nacht gemütlich. Es dauert nicht mehr lange, bis der Nachthimmel in seiner ganzen Pracht erstrahlt. Du siehst verschiedene Konstellationen und Sternenbilder, die am klaren Himmel erstrahlen. Einfach so sitzt du nur da auf der Terrasse deines Zeltes und beobachtest die Sterne. Die Luft ist unglaublich frisch und klar. Die Geräusche der Nacht begleiten dich, das Rauschen des Sees und das Zirpen der Grillen. Weitere Sie das Zirpen. Die Geräusche der Natur stärker ist die Sterne. Untertitelung. BR 2018 Es ist ein Augenblick des Friedens. Vielleicht spürst du eine innere Freude in dir wachsen, als du die Sterne siehst, so als würdest du sie zum ersten Mal mit den Augen eines Kindes betrachten. Die endlose Weite, dieser magische Anblick und die Geräusche deiner Umgebung wiegen dich in eine tiefe Ruhe. Das war's. Das war's. Das war's. Die Sterne funkeln wie Diamanten und werden auf der Oberfläche des Sees reflektiert. Es ist ein atemberaubender Anblick. Das war's. Das war's. Das war's. Lass dich von der Weite des Universums verzaubern und vielleicht fühlst du auch einen Hauch von Bewunderung. Seit Abermillionen von Jahren leuchten die Sterne. Jeder einzelne von ihnen erzählt eine Geschichte. Erlaube dir, in diesem Moment im Hier und Jetzt zu sein. Die tiefe Harmonie erfüllt dich. Dein Blick schweift weiter über das Firmament und manchmal erkennst du auch ein eine Sternschnuppe. Wenn du magst, kannst du dir mit jeder von ihnen etwas wünschen und dir vorstellen, wie deine Hoffnungen und Träume in den Himmel strömen. Nimm dir ein paar Augenblicke Zeit. Um die Schönheit der Sterne zu genießen und dich von ihrer friedlichen Aura erfüllen zu lassen. Wie es wohl wäre, in den Weiten des Kosmos zu schweben, umgeben von Unendlichkeit und all all die Sterne, die Planeten und die Galaxien zu erkunden. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich halte dir die Liebe. Nein, nein. Ich halte dir. Ich halte dir die Blumen zurück. Dann dich nehme mal. Ich halte dir die воздуhkung, das ist nicht einmal. Ich halte dir die Wendung. Genieße die Hälfte. Die sternenklare Nacht. Fühle dich völlig ummantelt von Ruhe und Frieden. Eine sanfte Müdigkeit darf sich nun entfalten. Immer wieder fallen deine Augen zu, weil sie so unendlich schwer sind. Und mit dieser tiefen Ruhe beschließt du, in dein Zelt einzukehren. Kuschel dich in dein Bett und sinke in einen tiefen Schlaf. Du kannst die Sterne weiterhin durch das Zeltdach sehen. Schaue ihnen noch etwas zu, wenn du möchtest. Oder vielleicht bist du auch schon zu müde. Sanfte Träume warten auf dich. Was bleibt, ist das Gefühl von tiefem Frieden. Gleite in wohlige Träume. Träume von den Weiten der Natur. Der Unendlichkeit des Kosmos. Und wie alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Schlaf ein. Tief und fest. Lang und erholsam. Ruhig und geborgen. Ruhig und geborgen. Tief und fest. In einen tiefen, erholsamen Schlaf. Ruhig und friedlich. Tief und fest. Entspannt. Entspannt. Sorglos. Geborgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du hast Luft in Erfüllung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.